Der nächste Stopp meiner Wanderung durchs Appenzellerland ist die Appenzeller Schaukäserei Unstein. An diesem familienfreundlichen Ort erlebe ich eine Entdeckungsreise einer besonderen Art. Es ist faszinierend, wie die Handwerkskunst des Käses und die Weide und Schönheiten des Appenzellerlandes im Haus verschmolzen werden. Das Geheimrezept des würzigsten Käses bleibt zwar noch geheim, aber eines der wichtigsten Zutaten darf ich spüren. Die spezielle Aura der Verbundenheit mit der Heimeth durchs Leben von Traditionen und Bruchtum. Der Genuss und der Geschmack von Köstlichkeiten aus der Region und die zahlreichen traditionellen Anlässe lassen fühlen, was die Heimeth vom weltbekannten Käse so einzigartig macht. Das muss man einfach persönlich erlebt haben. So, jetzt ist die Seebeis gekommen. Willst du noch probieren? Ja, gerne. Warte, etwas wollen wir uns interessieren. Was machen die in den Christen? Wisst ihr das? Dann liken und kommentieren und mit einem ein bisschen Glück gönnen für vier Personen keine Sünde und Südwurst mit einem Eintritt in den Schaubereich. Und jetzt gehen wir in den Gartenbeirn. Da bin ich nicht mehr. Jetzt gehen wir weiter zu den Urnäscher Milchspezialitäten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017